Ich weiß nicht, wie es dir heute geht, ich hoffe, dir geht es gut, du bist fröhlich und gesegnet und bist hier mit frohem, dankbarem Herzen und betest den Herrn an, weil du von seiner Liebe erfüllt bist. Wenn es nicht so ist und du dir hier irgendwie wie Falschgeld vorkommst, wenn du irgendwie denkst, irgendwie ist mir das alles zu hoch hier, habe ich eine gute Botschaft für dich. Du bist in guter Gesellschaft. Wir lesen in den Sprüchen Kapitel 30 Worte Agurs des Sohnes des Jacke aus Massa. Ein völlig unbekannter Typ. Keine Ahnung, was das für ein Mensch war. Wie ist er hier in die Bibel gelangt mit seinen Worten? Wir wissen es nicht. Wir haben die letzten Kapitel gelesen. Kapitel 25 wird uns gesagt, dass König Hiskia, ein Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel von Salomo, ich habe das Ur jetzt nicht genau ausgerechnet, ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Urenkel er war. Aber er war ein Nachkomme von König Salomo und war selber König geworden in Judah. Und er war einer der wenigen Könige, die wirklich gottesfürchtig waren. Er hat Gott ernst genommen. Er lebte in einer richtig krassen Zeit, in einer richtigen aufgewühlten Zeit. Es gab eine große Weltmacht, Assyrien. Die haben, sind mit ihren Soldaten überall einmarschiert und auch vor Jerusalem sind sie gewesen und hätten Jerusalem beinahe platt gemacht. Und Gott hat die Stadt aber bewahrt. Zu der Zeit lebte auch der Prophet Jesaja. Und als Hiskia regiert hat, hat er irgendwie diese Sammlung von Sprüchen von Salomo gesehen und hat gedacht, ich habe aber irgendwie schon mal den einen oder anderen Spruch gehört, der hier noch nicht drin steht. Ich muss noch mal irgendwie weiter noch Sprüche von Salomo sammeln. Und dann hat er noch weitere Sprüche gesammelt. Einige waren auch schon vorher in diesen Sammlungen drin. Die hat er dann trotzdem reingeschrieben. Er hat seine Leute losgeschickt oder wir wissen nicht genau, wie das alles stattgefunden hat. Auf jeden Fall hat er noch mal 25, 26, 27, 28, 29, 5 Kapitel dazugefügt an Sprüchen von Salomos Sprüchen, die im Umlauf waren. Und dann stieß er möglicherweise, also das ist jetzt völlig spekulativ, was ich jetzt sage, weil wir wissen nichts darüber. Ich sage mal, wie ich mir das mal so vorstelle, wie ich mir das vorstellen kann. Er stieß plötzlich auf diese Sammlung von Sprüchen Agurs. Ich weiß nicht, ob er irgendwie schriftlich irgendwie so eine Papyrusrolle hatte oder ob er irgendwie, keine Ahnung. Jedenfalls kam er zu diesen Sprüchen Agurs und er kam zu der Überzeugung, die packe ich da mit rein. Also die gehören da auch zu. Da hat irgendjemand zu ihm gesagt, das sind doch keine Sprüche von Salomo. Das ist bestimmt nicht Weise. Das ist bestimmt nicht die Weisheit Gottes. Ich weiß nicht, ob Eskia dann Jesaja um Rat gefragt hat und gesagt hat, Jesaja, was sagst du denn dazu hier? Und dann hat vielleicht Jesaja ein Wort Gottes gehabt. Nicht Salomo ist die Weisheit, sondern Salomo hatte von Gott die Weisheit. die Weisheit hängt nicht an der Person Salomo. Ja, er war der Weiseste, wird uns gesagt, unter allen Menschen, die damals gelebt haben. Ja, bis heute hin. Und doch sagt Salomo selbst, ich weiß gar nicht ein noch aus. Ich weiß nicht, wie ich das bewältigen soll. Ich bin König über dieses Volk Gottes. Du hast mich als König über dieses Volk gesetzt. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. König sein. Weiß nicht, ob du dir das mal vorgestellt hast, dass du Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin von Deutschland bist. Hast du das mal vorgestellt? Ja, ich würde dann, ne? Gut, solange du nicht Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin bist, hat man gut reden. Aber was, wenn du es wirklich wärst? Würde es dir vielleicht so gehen, wie Salomo? Oh Herr, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht aus noch ein. Herr, bitte gib mir Weisheit. Wisst ihr, das stand am Anfang. Und das wird schnell vergessen. Salomo hatte die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, wie man so schön sagt. Er war nicht von sich aus weiser, sondern er war beschenkt von der Weisheit Gottes. Gott hat ihn mit Weisheit begabt. Also ist Salomo nicht die Quelle der Weisheit. Sondern die Quelle der Weisheit liegt in Gott. Und er hat auch andere Menschen mit Weisheit begabt. Nicht nur Salomo. Es wird gesagt, dass er der Weiseste war. Das heißt nicht, dass nicht auch andere zu seiner Zeit und bis heute hin weise Menschen waren, durch die die Weisheit Gottes gesprochen hat. Auf jeden Fall hat Hiskia sich gedacht, okay, das muss auch mit rein. Das, da spricht auch die Weisheit Gottes heraus aus diesen Versen. Wir lesen hier in Kapitel 30 die Worte Aguas. Bemüht habe ich mich um Gott, bemüht habe ich mich um Gott und bin vergangen. Denn ich bin zu dumm für einen Mann und Menschenverstand habe ich nicht. Und Weisheit habe ich nicht gelernt und Erkenntnis des Heiligen kenne ich nicht. Wie gesagt, wenn du dir wie Falschgeld vorkommst, wenn du sagst, ich check das alles hier nicht, du bist in guter Gesellschaft. Agur hat das auch gesagt. Ich check das alles nicht mit Gott. Ist mir zu hoch. Aber wir sehen in Agur einen Menschen, der sich bemüht hat, wisst ihr, so viele Menschen sagen, das mit Gott ist mir zu hoch. Das lasse ich lieber. Denen ist Gott egal. Hier ist aber einer, der eine Sehnsucht nach Gott hatte. Ich will das wissen mit Gott. Der sich bemüht hat, der sich angestrengt hat. Aber in seinem Bemühen ist er gescheitert. Er ist an den Punkt gekommen, wo er gesagt hat, ich erreiche es nicht. Ich kriege es nicht gebacken. Ich verstehe es nicht. Ich begreife es nicht. Wisst ihr, es gibt Menschen, die sagen, ich bin dumm. Ich weiß nicht, ob du mal schon jemanden getroffen hast, der so herausgeplatzt ist. Ja, ich bin auch echt dumm. Manchmal sagen wir das, wenn wir uns irgendwas Blödes, Dummes passiert ist. Wenn wir irgendwas Dummes gemacht haben, dann machen wir uns die Frage, bin ich dumm? Wenn ich dich jetzt darauf festnagel, vielleicht hast du das ja mal gesagt. Wenn ich sage, ja, das stimmt, du bist dumm. Fühlst du dich dann verletzt? Wenn ja, dann meinst du das gar nicht ehrlich mit deinem, ich bin dumm. Wenn du das ernst und ehrlich meinst, ich bin dumm, mir mangelt es an Verstand, ich bin noch echt bescheuert. Wenn du das ehrlich meinst, wenn es dir jemand anders sagen würde, wärst du nicht verletzt. Das stimmt ja. Wenn du aber verletzt bist, dann zeigt das etwas, dass nämlich diese Aussage, die du gemacht hast oder die du machst vielleicht manchmal, oh, ich bin so dumm, dass die gar nicht ehrlich ist. Es ist gar keine echte Demut, sondern nur gespielt, geheuchelt. Es ist eigentlich eine Aussage, wo du dir, wo du sagst, ich wäre aber gerne klug. Oder eigentlich bin ich doch gar nicht so dumm. Und du möchtest eigentlich am liebsten auch Fishing for Compliments von jemand anders sagen. Nein, so dumm bist du gar nicht. Das ist immer noch das Beste. Und auch das würden wir natürlich nicht zugeben. Wir sind ja so klug, wir Menschen, wir sind so klug verbildet. Kleine Kinder, die platzen meistens mit dem raus, was sie so im Kopf und im Herzen tragen. Wir haben es gelernt, unsere Sachen gut einzupacken, damit wir auch gut vor anderen dastehen. Und wir wissen, ja, Demut, das ist etwas, was auf jeden Fall bei vielen Leuten gut ankommt. Also verpacke ich das mal schön demütig. Tja, was ist nun mit Agur hier? Ich glaube, dass er zu einer tieferen Demut durchgedrungen ist. Und das zeigt uns der Vers 4. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Das sind so Fragen, die er sich selbst stellt, die er vielleicht auch uns stellt. Und es zeigt, es geht ihm darum, wenn ich wirklich Gott begreifen, verstehen will, wenn ich die Welt verstehen will, wenn ich sie begreifen will, wenn ich wirklich Weisheit haben wollen würde, dann müsste ich in den Himmel hinaufsteigen. Ich müsste zu Gott selbst gehen. Zu dem, der alles weiß, der alles kann. Denn wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer hat das Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Er denkt über die Schöpfung nach, über diese Welt, die so unglaublich riesig groß ist für uns kleine Menschen. Allein schon dieser Erdball. Und wenn du dann anfängst, noch über das Universum nachzudenken, wie klein und unbedeutend ist dieses kleine Planetchen hier, in dieser riesigen Milchstraße. Allein schon unsere Galaxie ist ja schon so riesig. Und dann noch das Universum. Ich kriege es nicht gebacken. Aber dann fange ich an, über das Leben nachzudenken und über die Dinge. Und wisst ihr, wir sind ja so unglaublich klug, oder? Wir wissen doch so wahnsinnig viel. Wir leben im Informationszeitalter, sagt man so schön. Informationen hoch 10. Du kannst sie überall abrufen. Ja, wir werden überflutet von Informationen. Es gibt so viel zu wissen. Wir haben schon so viel erforscht. Ja, wir sind schon so klug. Und das, was wir jetzt noch nicht erforscht haben, das werden wir demnächst erforschen. Wisst ihr, er ist sich klar. Weisheit besteht nicht nur darin, dass wir diese Dinge erforschen. Die Dinge erforschen. Sondern, wenn du wirklich weise bist, dann kannst du die Dinge, die du erforscht hast, auch händeln. Dann kannst du den Wind in den Fäusten sammeln. Dann kannst du das Wasser in ein Tuch binden. Aber gerade das ist auch uns total bewusst, gerade in dieser gegenwärtigen Zeit. Wissenschaft ist ja so en vogue wie nie zuvor. Tagtäglich in den Medien wirst du mit wissenschaftlichen Berichten, mit wissenschaftlichen Aussagen konfrontiert, Wissenschaft hierhin und dort. Alles wird erforscht. Und das sind unglaublich kluge Männer und Frauen, die da zu Wort kommen, die auch unheimlich viel wissen. Nur was bringt es uns? Wir können es nicht händeln. Wir können nicht damit umgehen. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Und versuchen mit allen möglichen Mitteln, irgendwie mit dem, was wir so wissen, umzugehen. Aber wir kriegen es nicht in den Griff. Wisst ihr, und das sollte uns eigentlich, das sollte uns eigentlich bewegen. Das sollte unsere Haltung sein in dem Ganzen. Bei all dem Wissen, was uns zur Verfügung steht, bei all dem, was wir schon wissen, und jeder, der sich wirklich mit Wissenschaft befasst, der weiß, das, was wir wissen, ist ein Pups. Wenn du anfängst, eine Sache zu erforschen, dann öffnet sich plötzlich ein Raum von Fragen, die alle ungeklärt sind. Wenn du eine Frage gelöst hast, dann entstehen hundert neue Fragen. Und du kommst nicht ans Ziel, du kommst nicht ans Ende. Was soll das bewirken in uns? Demut. Echte, wahre Herzensdemut. Boah, ich, erstens, ich weiß gar nichts. Und all das, was ich weiß, ich kann da mal gar nicht mit umgehen. Wisst ihr auch diese Informationsflut? Wir werden zugeballert mit allen möglichen Informationen und wir können sie gar nicht ordnen. Wir können sie gar nicht händeln. Hast du schon mal versucht, auch deinen Computer, deinen Laptop irgendwie zu ordnen? All die Informationen, die da drauf gespeichert sind? Das war schon früher schwierig, wo es alles analog war. Deine Fotos in Alben reinzupacken oder deine ganzen Papiere zu ordnen in Ordner. Man kann das auch auf dem Computer machen. Man kann das auch alles schön ordnen. Aber ist es nicht unmöglich irgendwie? Wir werden doch so überflutet. Ich sage euch, nein, wir werden nicht überflutet von Informationen. Das ist ein falscher Gedanke. Du hast es in der Hand. Du kannst entscheiden, ob die Welle kommt oder nicht. Du kannst das Gerät einschalten oder ausschalten. Du brauchst dich nicht überfluten zu lassen von all diesen Informationen. Ja, wenn du es zulässt, wenn du es anmachst, ja, dann kommt die Welle und dann und dann bist du voll mit all diesen Informationen und du kannst sie nicht ordnen, du kannst sie nicht händeln, und du weißt nicht, was du daraus machst, wie du damit umgehst mit all diesen Informationen. Das ist einfach nur überfordert. Aber wisst ihr, ich finde es so krass, dass gerade in dieser Zeit, dieser Informationsflut, diesem unglaublichen Wust an Informationen, dass es doch wieder der sündhafte Charakter des Menschen überall durchbricht und durchdringt, der nicht demütig wird angesichts dessen, sondern hochmütig. Besserwisserisch. Ich weiß es besser. Ich habe das alles. Ich weiß es alles. Hago sagt, ich bin dumm. Ich habe keine Ahnung. Ich checke es nicht. Es ist zu hoch für mich. Es ist zu viel. Ich kann es nicht fassen. Aber dann kommt er. Wisst ihr, es sind ja rhetorische Fragen. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Keiner. Wer ist, wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Kann doch keiner von uns. Wer hat das Wasser in ein Tuch eingebunden? Gibt es nicht. Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Und jetzt wird es interessant, er kommt in seinem Nachdenken, kommt er in eine Richtung, wo er plötzlich daran denkt, ja, es gibt aber doch einen. Der, der alles geschaffen hat, der weiß es. der kann es. Und dann fragt er, was ist sein Name? Und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Er kommt zu Gott hin. Ihm wird plötzlich klar, ja, es gibt einen, der hat das alles geschaffen. Und jetzt wird es interessant, jetzt spricht er von seinem Sohn. Wer ist denn damit gemeint? Was ist denn sein Name? Lass uns mal hineingehen in die Schöpfungsgeschichte, Kapitel 1 von 1. Mose. Und damit wir das besser verstehen, springen wir kurz zwei, drei Kapitel vor, Kapitel 5 von 1. Mose. Und zwar Vers 3. Da steht, und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn ihm ähnlich nach seinem Bild und gab ihm den Namen Seth. Achtet auf die Wortwahl. Adam zeugte einen Sohn, Adam und Eva bekamen einen Sohn aus dem Zeugungsakt und er war ihm ähnlich nach seinem Bild. Oh, ganz der Papa. Den kleinen Sohnemann auf dem Arm gehabt, frisch geboren. Oh, der guckt, der ist ganz der Papa. Wie aus dem Gesicht geschnitten. er zeugte einen Sohn. Das ist sein Sohn. Er sieht ihm ähnlich. So, was steht aber davor? Dies ist das Buch der Generation Folge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Wer ist also der Sohn dieses Schöpfers, der alles geschaffen hat? Der Mensch. Und zwar nicht nur der Mann, sondern, Vers 2, als Mann und Frau schuf er sie. Als eine Einheit, Mann und Frau in der Liebe vereint. Das Bild des lebendigen Gottes. Ein Sohn, eine Tochter. Das ist sein Name, Adam. Von der Erde geschaffen. Mein Kind. Wie war es denn? Was hat Gott gemacht für sein Kind? Er hat es so gemacht, wie wir das machen, wenn ein Ehepaar ein Kind erwartet. Oh ja, es wird ein Kinderzimmer schon gebaut. Das Kind ist noch im Bauch, es ist noch gar nicht rausgekommen, aber es wird schon ein schönes Kinderzimmer hergerichtet. Mit der Wiege und was weiß ich, einem Wickeltisch mit Mobile und alles wird eingerichtet für das Baby. Vielleicht ist schon Kinderspielzeug da. Was hat Gott gemacht? Er hat eine Welt geschaffen für seine Kinder. Und dann speziell einen Garten angelegt. Garten Eden. Ein herrlicher Garten mit wunderbaren Fruchtbäumen. Und dann hat er seine Menschen dort in diesen Garten hineingesetzt. Er hat gesagt, du darfst das alles genießen, iss von den Früchten, das ist alles lecker, probiere das alles aus. Du sollst hier diesen Garten bebauen, darfst deine Kreativität ausleben und bewahre ihn. Du bist auch der Bewacher, der Schützer. Ja, du bist der König über diesen Garten. Ihr seid meine Kinder. Ich bin der König der Könige, der Herr über Himmel und Erde. Und ihr seid meine Kinder. Und euch gebe ich hier das als Stück der Verantwortung. Und das meint es eigentlich. Was meint denn dieser Ausdruck Sohn Tochter Gottes? Das ist ein Ausdruck von einer engen, persönlichen, tiefen Beziehung. Gott ist der Vater und das sind seine Kinder. Es drückt die Beziehung der Nähe aus. Sie sind ihm nahe. Was haben sie gemacht? Sie sind zusammen im Garten gewesen. Gott mit Adam und Eva. Sie sind da spazieren gegangen abends. Haben sich ausgetauscht über das, was Adam und Eva so erlebt haben. Wie die Früchte geschmeckt haben und all das. Und es war eine bevorzugte, eine privilegierte Position. Keins der Geschöpfe Gottes hatte diese Beziehung zu Gott wie Adam und Eva. Keines der Geschöpfe. Nicht der Löwe oder der Elefant oder die Giraffe oder der Wal. Nein, der Mensch, das sind meine Kinder. Nach meinem Ebenbild. Mit ihnen habe ich diese enge persönliche Beziehung. Die anderen Geschöpfe liebe ich auch, sagt Gott. Die segne ich auch. Ja, ich bin auch gerne mit denen zusammen, aber besonders gerne bin ich mit meinen Kindern zusammen. Mit ihnen pflege ich Gemeinschaft, mit ihnen tausche ich mich aus, meine Gedanken teile ich mit ihnen. Das ist eine privilegierte, bevorzugte Position, Kind Gottes zu sein. Es ist eine erhobene Position. Ja, zum König hat er die Menschen gemacht, über die ganze Erde. Aber ein Kind Gottes zu sein, heißt trotzdem untergeordnet zu sein, dem Vater. Nicht losgelöst vom Vater, untergeordnet unter dem Vater. Hoch erhoben über alles andere. Und Gott hat es von Anfang an so gemacht, als er die Erde geschaffen hat und den Menschen geschaffen hat, hat er ihm eine verantwortungsvolle Aufgabe gegeben. Du sollst diese Erde beschützen. Du sollst diesen Garten beschützen, bewahren. Du sollst gut damit umgehen. Du sollst aufpassen, dass nichts Böses hineinkommt. Gott. Warum fragt Agur jetzt nach dem Namen des Sohnes Gottes? Weil die Kinder Gottes sich von ihrem Vater abgewandt haben und der Vater die Kinder verstoßen hat. Adam und Eva haben gesündigt. Sie haben Gott nicht vertraut. Sie sind nicht in der Liebe geblieben. Sie sind nicht bei ihrem Vater geblieben. Sie haben sich abgewandt. Und Gott konnte keine Gemeinschaft mit der Finsternis haben, in die sie sich hineinbegeben haben. So sind sie sich selbst überlassen und zeugen Kinder nach ihrem Bild. Nicht nach dem Bild Gottes, sondern nach ihrem Bild. Sünder zeugen Sünder. So sitzen wir alle hier, Nachkommen von Adam und Eva. Sünder, getrennt von Gott. Das, wozu Gott uns eigentlich geschaffen hat und vorgesehen hat, nämlich seine Kinder zu sein, sind wir nicht mehr. Woran sieht man das? Wir sehen unserem Vater nicht mehr richtig ähnlich. Unser Vater ist die Liebe. Er ist das Leben. Was ist aber bei uns Mangel an Liebe. Und bei uns ist Krankheit, Tod Verfallenheit. Bei Gott ist Heiligkeit, Gerechtigkeit. Was ist bei uns? Ungerechtigkeit. Gott hat hat es gesehen und er ihm hat das Herz geblutet darüber. über. Denn obwohl wir gesündigt haben und Gott uns verstoßen hat, hört er trotzdem nicht auf, uns zu lieben. Das lesen wir in dem berühmten Vers, den Jesus Nikodemus gesagt hat, in Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Er sieht uns Menschen, er sieht uns in unserer Gottverlassenheit, in unserer Verlorenheit, Er sieht uns in unserem Elend, diesem verzerrten Bild und er sagt, ich möchte diese Menschen retten, ich möchte sie aus der Verlorenheit retten, ich möchte sie wieder zurück führen, dass sie Kinder Gottes werden und dazu sende ich meinen einzigen, mein einziges Kind, meinen geliebten Sohn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Hier spricht Gott Jesus von der Sendung, er sagt auch, der Vater hat mich gesandt und so wird jetzt aus dem, was Agur sagt, plötzlich eine Offenbarung. Dieser demütige Mann, der erkannt hat, ich will es gar nicht handeln, mir fehlt Weisheit, aber es gibt den einen, der alles weiß und der alles handeln kann, das ist Gott, der Schöpfer und er hat einen Sohn und das ist nicht Adam und so ist Jesus gekommen, als der Sohn Gottes hat er uns den Vater offenbart. Er ist gekommen, um die Welt zu retten, die verlorene Welt, weil Gott die Welt liebt, hat er seinen Sohn gesandt. Jetzt ist es interessant, wie Agur weiterredet in Sprüche 30. Er stellt ja diese Frage, was ist sein Name und was ist der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Und dann fällt ihm plötzlich ein Vers aus dem Psalmen ein, aus dem Psalmen Davids. Kann man nachlesen in 2. Samuel 22 31 Das ist ein Zitrat. Alle Rede Gottes ist geläutert, ein Schild ist er denen, die sich bei ihm bergen. Er sagt, ich habe keine Weisheit, mir fehlt es, ich checke das alles nicht, aber es gibt einen, der alles weiß und alles kann und der alles im Griff hat und wer sich bei ihm birgt, der ist sicher. Und dann sagt er, alle Rede Gottes ist geläutert. Was meint er damit? Er sagt, ich weiß nichts, aber Gott weiß es und er teilt es seinen Kindern mit, seinen Menschen. Gott offenbart sich durch sein Wort, er spricht zu den Menschen. Er hat zu den Menschen gesprochen, immer und immer wieder. Hebräer 1 sagt uns, durch die Propheten, durch Menschen hat er immer wieder zu den Menschen gesprochen. Zuletzt aber, sagt Hebräer, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Und Johannes hat uns das aufgeschlüsselt und hat uns gesagt, wisst ihr, dass mit Jesus, mit dem Sohn Gottes ist folgendermaßen, Jesus ist das Wort Gottes in Person. So steht es am Anfang vom Johannes Evangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und alles, was geschaffen wurde, wurde durch das Wort geschaffen. Das Wort war am Anfang bei Gott, es war Gott. Und dann sagt er, das Wort ist Fleisch geworden, ist Mensch geworden. Und das ist das, was wir Weihnachten feiern. Es geht darum, dass Gottes Wort Mensch geworden ist, zum Anfassen. Gottes Zuspruch, Gottes Reden zu den Menschen, er offenbart sich. Wir können Gott mit unserem Denken, mit unserem Erforschen nicht erreichen, aber er offenbart sich uns, er redet mit uns und zwar nicht nur durch Worte, sondern durch ein Leben, durch einen Menschen, durch seinen Sohn. Wie hat er nun zu uns geredet durch Jesus? Gesagt, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, kommt, folgt mir nach und dann hat er sie gesammelt und hat immer wieder mit ihnen geredet und hat gesagt, guck mal, ihr wollt den Vater sehen? Ihr wollt Gott erkennen? Wenn ihr mich seht, seht ihr den Vater. Wenn du also Gott kennenlernen willst, dann liest das Evangelium, liest von Jesus. Er ist der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist, das ist sein Name, Jesus. Was bedeutet dieser Name? Matthäus 1, Vers 21 sagt es uns, er bedeutet, das ist der Retter, Gott, der rettet und zwar wovon? Von unseren Sünden. Er ist derjenige, der sich hingegeben hat. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden. Ich bin nicht der Sohn Gottes, der jetzt hier sich als Pascha hinsetzt und sich bedienen lässt. Nein, ich bin gekommen, um mein Leben hinzugeben im Dienst an den Menschen und noch mehr, mein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele, am Kreuz für die Sünden der Menschen zu sterben. Und er sagt, alle, die an diesen Sohn Gottes glauben, diesen einzigen Sohn, der in die Welt gekommen ist, um uns die Liebe Gottes zu zeigen, alle, die an ihn glauben, empfangen ewiges Leben. Und das bedeutet, sie werden zu Kindern Gottes. Das ist das, was Paulus auch uns sagt, in Galater 4, das können wir mal aufschlagen, Galater 4, Vers 4. Das ist sozusagen der Weihnachtstext von Paulus. Wenn ihr mal was anderes lesen wollt, als Lukas Evangelium zu Weihnachten, dann könnt ihr diese Verse lesen. als als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Das ist das, was Jesus immer wieder gesagt hat. Ich bin nicht einfach nur ein Mensch, sondern ich bin von Gott gesandt, ich bin von Gott gekommen. deswegen erfüllt sich auch das, was Agur sagt. Wer ist hinaufgestiegen zum Himmel und herabgefahren? Jesus sagt, es ist nur einer, der hinaufgefahren ist, nämlich der, der herabgekommen ist. Gott sandte seinen Sohn von einer Frau geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen, damit wir dieses Privileg bekommen, ein Kind Gottes zu sein. Darum hat Gott seinen Sohn in diese Welt gesandt. Darum hat er ihn Mensch werden lassen, all dieses Elend, dieses Leiden dieser Welt durchleben lassen, bis hin zum Tod am Kreuz. All das hat er getan, damit wir die Sohnschaft empfingen, die Kindschaft empfingen, dass wir wieder Söhne und Töchter Gottes sind, so wie Gott das am Anfang sich gedacht hatte, wie er das geplant hat. Wisst ihr, in Jesus, seinem kostbaren, geliebten Sohn, den er hingibt, sagt er dir, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn, dich liebe ich, obwohl du gesündigt hast, obwohl dein Leben abgewandt von mir gelebt ist, ich liebe dich, du bist mir wertvoll, du bist mein geliebtes Kind. Du hast dieses Privileg wieder, was du verloren hattest, dass du das Kind des Lebendigen, des ewigen Gottes bist. Wie macht Gott das denn? Vers 6, weil ihr aber Söhne und Töchter seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn oder Tochter, wenn aber Sohn oder Tochter so auch Erbe durch Gott. Mit Jesus empfängst du alles, du empfängst die Gotteskindschaft und dadurch, dass du Kind Gottes bist, bist du ein Erbe Gottes. Du bist ein Bruder, eine Schwester von Jesus und du bist berufen in Römer 8 sagt er das, Römer 8 ist ein paar Seiten vorher, Römer 8 Vers 29 sagt Paulus, denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Wisst ihr, das will Gott, er will uns so in Jesus Ebenbild umformen, dass wir wieder ganz der Papa sind. Ganz der Papa. Ja, da ist so viel Liebe in dir, so viel, ja, du bist erfüllt mit Liebe, mit Glauben, mit Hoffnung, du bist erfüllt, Barmherzigkeit fließt aus deinem Leben, Gerechtigkeit fließt aus deinem Leben, du, du bist, du dienst anderen, ja, du bist wie mein Sohn, du bist auch mein Sohn, du bist auch meine Tochter. Das ist Gottes Plan, aber das fängt an mit der Neugeburt, aus dem Geist, aus Glauben. Es ist die Botschaft, die gute Botschaft des Evangeliums, die Worte Gottes, die hinausgehen in alle Welt, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern alle Nationen, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung, bringt es hinaus in die ganze Welt. Warum? Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat, nicht nur dich. Ja, er hat auch dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab und dass es so wichtig, dass du das heute begreifst. Wenn du das noch nicht im Herzen trägst, Gott hat dich so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit du gerettet wirst und ewiges Leben hast und sein Sohn seine Tochter wirst. Dass du in seiner Nähe lebst, tagtäglich. Dafür hat Gott seinen Sohn gesandt. Du bist geliebt und das hat Paulus so schön ausgedrückt in Galater 2, Vers 20, hat gesagt, ich lebe jetzt nur noch für den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Darum geht es im Evangelium, dass wir das ergreifen, begreifen. Guck mal, das ist dieser Jesus. Er ist der Sohn Gottes, er ist von Gott gekommen und er liebt dich, er hat dich so sehr geliebt, dass er sein Leben für dich hingegeben hat, für deine Sünden. Um dich zum Kind Gottes zu machen, hat er sich selbst hingegeben in den Tod, als Verbrecher am Kreuz. Dass du das aufnimmst und ergreifst, ja auch für mich, ja er liebt auch mich, du bist sein geliebter Sohn, du bist seine geliebte Tochter, für dich hat er es getan und du bist die geliebte Schwester, der geliebte Bruder von Jesus, dem Sohn Gottes, für dich hat er es getan. Aber nicht nur für dich, sondern für die ganze Welt, für jeden Menschen. Deswegen heißt es in dem wunderbaren Weihnachtsgospel, kommt, sagt es allen weiter. Das muss raus, das muss weitergesagt werden. Wenn wir es aber weiter sagen, sagt uns, gibt uns Agur eine Warnung mit. Füge zu seinen Worten nichts hinzu, damit er dich nicht überführt und du als Lügner dastehst. Und Paulus hat das mehrmals gesagt. Bleibt bei dem Evangelium, so wie ihr es empfangen habt, so sollt ihr es auch weitergeben. Christus ist für unsere Sünden gestorben, er ist ins Grab gelegt worden, am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Punkt. Bleibt dabei. durch Jesus werden wir gerettet, nicht durch eigenes dazu tun. Er ist unser Retter und er bleibt unser Retter. Durch den Glauben an ihn empfangen wir das ewige Leben, werden wir Kinder Gottes, empfangen wir den Heiligen Geist, der uns dann umgestaltet in sein Ebenbild mehr und mehr, je länger du mit ihm gehst. Das ist das Evangelium. Und Gott möchte dieses Evangelium hinausbringen. Heute ist der Tag, wo wir das rausbringen, wo wir die Botschaft rausbringen. Es gibt so viele Menschen, die diese wunderbare Botschaft nicht kennen, die nicht in ihrem Herzen wissen, dass sie unendlich geliebt sind, dass sie gewollt sind und dass sie eine Liebesbeziehung und Liebesgemeinschaft mit dem ewigen Gott, ihrem Schöpfer haben können. Dass ihr Leben einen Sinn hat, das weit über die jetzige Existenz hinausgeht. Wisst ihr, wir sind geschaffen als ewige Wesen, als Kinder Gottes, die in Ewigkeit leben sollen und zwar in ewiger Herrlichkeit, in ewiger Liebesgemeinschaft mit unserem Vater, dazu sind wir geschaffen. Wenn du es nicht weißt, wenn du es nicht in dir hast, heute ist der Tag, wo du das empfangen darfst. Wenn du es hast, dann preise Gott dafür, bete ihn an darüber, lass dich lieben und liebe ihn, aber dann lass dich von seiner Liebe auch bewegen, andere teilhaben zu lassen an dieser Liebe. Dass auch sie wissen, wie sehr sie geliebt sind. Und dafür ist der Einsatz heute, Menschen draußen diese Liebe zu vermitteln, ihnen zu zeigen, auch du bist geliebt von unserem Vater im Himmel. Auch du darfst dazugehören. Gott will, dass du seine geliebte Tochter, sein geliebter Sohn wirst. Dafür hat er seinen geliebten, einzigen geliebten Sohn Jesus hingegeben, damit alles, was zwischen dir und Gott steht, hinweggenommen ist. Dass du neu anfangen kannst, dass du ein neues, ein ewiges Leben anfangen kannst. Gott möchte, dass das hinausgeht, diese Worte, weil es das Wort ist, was Kraft hat. Es ist Jesus selbst, der im Evangelium drin ist, den wir weitergeben. wir kennen niemand anders als Christus und ihn als gekreuzigt. Und das ist für die Welt dumm, sagt Paulus. Es ist für die super klugen und gebildeten eine Torheit. Aber es ist eine Kraft Gottes für alle, die daran glauben, die sie rettet, die sie heil macht, die sie heil und heilig macht. Das ist der Sohn Gottes, für uns gegeben und er wirkt in schwachen Gefäßen. Und Jesus hat gesagt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wir sind heute Gesandte. Wenn du die Liebe Gottes empfangen hast oder daran erinnerst wurdest, die Liebe Gottes, wie sehr Gott dich liebt, wie sehr er dich geliebt hat. Wenn der Heilige Geist dich neu erfüllt, dein Herz neu erfüllt, dann lass es zu, gib es weiter. Lass dich senden von Gott, gib es weiter. Ich weiß nicht, was du heute vorhast. Vielleicht machst du einen ruhigen in Familie. Dann hast du Familienmitglieder, an die du das weitergeben kannst. Vielleicht gibt es da welche, die noch nicht von neuem geboren sind in deiner Familie, die Jesus noch nicht kennen, noch nicht die Liebe wirklich begriffen haben. Vielleicht ist heute der Tag, wo du ihnen davon Zeugnis geben kannst, wenn du die vierte Kerze anzündest. Wie sehr diese Liebe dich verändert hat, was diese Liebe für dich bedeutet, was sie aber auch für deinen Nächsten bedeutet. Aber vielleicht gehst du auch mit auf den Einsatz raus, auf die Straße und trägst das Evangelium auf die Straße zu Menschen, die nicht wissen, wie wertvoll und geliebt sie sind. In Gottes Augen, geschaffen für die Ewigkeit, für die ewige Gemeinschaft mit dem Vater, geschaffen dazu, Bruder und Schwester Jesu Christi zu sein, in dieser Welt, in dieser Zeit sein Leben einzusetzen für die Liebe, für die Barmherzigkeit, für die Gerechtigkeit und dann, wenn dieses Leben vorbei ist, aufzuerstehen, mit Christus zu regieren, für immer, die Gerechtigkeit in diese Welt, in diese Schöpfung hinein zu tragen, hinein zu bringen, heute im Dienst, in der Hingabe und dann mit ihm zusammen in der Verantwortung als Regent, wir können das nicht machen, uns ist das zu hoch wie Agur, aber er hat seinen Geist gesandt in unsere Herzen und er möchte heute uns erfüllen mit seinem Geist und uns ausrüsten dafür, hinaus zu gehen und seine Liebe hinauszutragen, seine Liebesbotschaft, Gott, du, du ganz persönlich bist geliebt vom Vater im Himmel, er hat seinen einzigen Sohn für dich gegeben, damit auch du ein Kind Gottes wirst, damit du aus der Ferne in die Nähe Gottes kommst, damit du gerettet wirst, damit dir Vergebung, damit du Vergebung empfängst, damit du geheilt wirst, damit du erneuert wirst und Teil seines Reiches wirst. Amen.